Ja, vor allem das Spiel. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefpaterl Cave. Toll. Da hilft auch kein Dünger mehr. Nehmen wir mal die Säule hier weg. Hier drinnen finden wir ja nichts anderes. Nö, das haben wir alles schon verwendet. Genug Schaden angerichtet. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Na und? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Sperren wir noch mal kurz in der Tür ein. Oh, oh, ich verdufte lieber. Warte. Bla, bla, bla. Ähm, geh doch. Und jetzt hier aus dem Fenster wieder raus. Und jetzt weiter. Was kommt? Kommt ja nicht verwerbbar. Irgendwann und dann. Ja, ja, da hat einer Probleme mit Dächern. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Hm. Wo ist denn die Dachluke hier überhaupt? Die man aus dem Flur heraus sieht. Ach, nein. Hier ist der Stiesel. Können wir mit dem Stiesel reden? Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du. Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Ah, ich habe einen kleinen Verdacht, was wir vielleicht eventuell irgendwie schaffen könnten. Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Nochmal mit ihm reden. Nein, 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 reden. Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von einer. Aber glaubst du, oder? Wieso? Ähm, willst du Tiefluft holen und mir vom Dach pusten? Klimaanlage aus... Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht zu lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Ah, du. Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Ich glaube, wir müssen den irgendwie provozieren. Wie lange willst du da... Ich bin aber so... Willst du Tiefluft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Ah, du. Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit. Nein, das hat jetzt nichts geholfen. Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt eine... Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein fünfjähriges Mädchen zum Beispiel. Ah, du. Mach's gut. Ich gehe meine... Komm schon aufs Dach raus. Irgendwie, irgendwie. Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Hm, vergiss es. Schade. Und ein Kugelschrabbel... Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber. Vergiss. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die... Die von Sozialamt. Trottel. Der. Oh, sieh nur. Hier ist ein Foto von dir, Stiesel. Was? Na warte. Jetzt komm doch endlich raus hier. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Nein. Das sieht so aus, als als... Äh, mit dem Stiel. Tritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere, ich schaudere. Hm, hm, hm. Verdammt, wie kriegen wir den aufs Dach raus? Hi, hi. Hey, lass das. Du findest das wohl lustig? Yep. Yep. Ich dachte, wir können den vielleicht... Knusper? Wir können den vielleicht irgendwie aufs Dach rauskriegen. Ich komm ihm lieber nicht zu nah. Ich komm ihm lieber nicht... Ja, Antje. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Tiger Woods Jr. Nochmal kurz mit dem Rennen. Aber so... Hm... Ich dachte, vielleicht kommt der irgendwie aufs Dach raus. Oh, du... Mach's gut. Und das wir danach reinlaufen und den irgendwie von innen das Fenster zumachen. Aber irgendwie scheint das nicht ganz zu klappen. Geh nochmal rein. Geh nochmal hier durch. Nein, nicht... Nein. Hier geblieben. Hm. Haben wir hier irgendetwas Interessantes? Ein Schachtfoto, Foto, 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 Foto. Ein Artikel gibt es hier. Das hängt fest an der Wand. Ja, dann schau es dir einfach an. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Der Busybär Observer Mörder gefasst. In den frühen Morgenstunden schelterte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilandstand, überantwortet wird. Nichtraucher im Streichel zu vermisst. Diese Meldungen können sensationeller nicht sein, wenn es ein Überschallhuhn wäre. Der langjährige Nichtraucher... Hm, unser Vater ein Börder. Können wir den mitnehmen? Können wir hier irgendwas verwenden? Nö. Einfach nur rausgehen. Können wir das Diplom ansehen? Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ja, toll. Wunderschön. Hm, können wir... Den Schreibtisch nehmen. Ein sehr schöner Tisch. Was kostet... Nein. Was? Nein. Können wir den benutzen? Ich liebe es. Wunderschön. Hm, irgendwie die Tür von hier markieren. Äh, markieren, blockieren. Nein. Das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Sollst du auch nicht drauf sitzen, du... Idiotin. Wenn wir jetzt rausgehen... Dann können wir im Prinzip wieder... ...den Sockle hier vorschieben, aber... ...hier gibt es ja nichts zu verwenden. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Schöne Quellen, da glaube ich. Nimm Dachluke. Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Guter Kanz. Use the Luke Force. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Nein, findest du nicht. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Das Buchstabenparadies. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Nein. Äh, Harvey mit der Dach. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Wie? Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Und kommen doch nicht weiter. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Mit dem Schläger. Es ist zu hoch. Ich... Vorsicht, Captain Unbrauchbar. Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Das verstehe, wer will. Es ist zu hoch. Du kommst denn nirgendwo rein, oder? War ich das... Okay, das haben wir schon. Können wir irgendetwas... Nein, können wir nicht. Verdammt, irgendwie müssen wir doch diese Tür blockieren können. Stiesel? Hä? Wo ist hier Stiesel? Können wir hier irgendwo mit Stiesel rennen? Das Spiel lügt uns an. Hier steht Stiesel. Aber wir können nicht mit Stiesel reden. Das ist ein Gerücht. Warten mal. Wenn wir die Türe... Wenn wir jetzt... Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht... Wenn wir jetzt... Äh... Mit der Tür reden? Nein. Wir können die Türe irgendwie überhaupt nicht benutzen, oder? Nein. Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Hmm. Kannst du ihn jetzt anklopfen. Ich markiere den Schlä... Dieser... Gut. Jetzt wird es im Polo-Club nie wieder zu... Äh... Hä? 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 Wir kommen hier einfach nicht durch. Einfach nicht durch. Und das erkennt er, dass wir die Türe nicht mehr verwenden können, aber... Ha ha ha... Ha ha ha... Da lud ich eher schon seit zwei Folgen jetzt hier herum. Bin immer noch nicht schlauer geworden. Aber sobald wir hier rausgehen... ...kommt der Kerl um die Ecke. Nein. Das wollen wir einfach nicht. Wir müssen den irgendwie einsperren. anschauen, Säule. Die Säule blockiert die Tür, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Ding blockieren. Aber wie? Das macht jemand anderes weg. Verdammt. Verdammt. Ach Mensch. Ach Mensch, ach Mensch. Und hier findet man auch nichts Neues. Hier drin ist auch nichts Interessantes. Ähm... Können wir hier ein Foto einfach mal mitnehmen? Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Wieso nicht? Nimm ein krasses Foto mit. Hallo, Junge Edna auf dem Bild. Halt, ich kann nicht richtig sprechen. Ah, Edna kann nicht sprechen. Sie ist nur halb auf dem Foto. Aber sie schreibt sowieso nur ab. Ah, Edna, Edna, Edna! So, steht auf, du Nervsäck. Äh, nein, nimm. Es ist wegen des hässlichen Jungen. Aber er sieht doch ganz freundlich aus, Edna. Nein, tut er nicht. Können wir irgendetwas hier mitnehmen? Verzweifle ja langsam. Fenster, Pokale, Schacht, Foto, 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 Artikel, Kamin, Tür, Schreibtisch. Irgendetwas, irgendetwas. Hat vielleicht der nette Holger irgendetwas mit, was wir verwenden können? Hallo, ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Das war jetzt unberuhigend. Können wir den ein bisschen piksen? Je kaputter das Stuhlbein, desto kaputter die Idee. Hm, nö. Ja, äh. Ja, ich bin jetzt ziemlich ratlos, muss ich ehrlich zugeben. Ich sollte erst Holger beiseite schaffen. Ja, wieso denn? Den sieht eh keiner. Ach, das klappt. Das klappt. Hier so rausgehen. Wahrscheinlich, weil wir nirgendwo hin können. Wie lange willst du dann noch warten? Es gibt nicht einen, aber glaubst du das? Wieso? Hm. Willst du den was machst? Der kommt einfach nicht hier raus. Und das ist mir jetzt auch egal. Ich würde sagen, das Rätsel werden wir beim nächsten Mal lösen. Und dann sehen wir uns. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.